Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hi Leute und herzlich willkommen bei TÜSY! Schuhbash! Leute, wir wollen uns erstmal für die ganzen Resonanzen bei dem Bronze Vager bedanken. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, Leute. War richtig stark, auch für die Wetten, da haben es ja auch ein paar Leute draufgepackt. Einer möchte ich gleich mal direkt sagen, mit der Software des COD-Biestes kann er davon sein, oder? Kann er nur ein COD-Biest sein, dass wir uns dann mit der Software abschließen sollen. Aber die Leute, die wetten, sind ja unsere Regel, wenn ein 85er-Spieler kommt, darf derjenige am Rad drehen, der andere muss die Wette machen. Und dann ist natürlich unser Dead-Counter noch dabei. Da kannst du mal was sagen noch? Unser Dead-Countdown, das seht ihr jetzt leider nicht, Leute. Die Nerf-Gun ist direkt auf uns gerichtet. Der Zufallgenerator ist eingeschaltet. Wir wissen nicht, wann sie losgeht, wie sie losgeht, ob alles funktioniert. Wenn das Pack-Operning startet, startet ich der Buzzer. Dann kommt die Zeit. Jetzt läuft's ab. Wir wissen nicht wann, wie, wo, was einschlägt. Der Buzzer ist gestartet. Ich bin nervös. Ich bin auch Assi nervös, Alter. Die Shisha dampft auf jeden Fall. Läuft richtig gut. Oh, wir haben richtig viele Points für dieses Team der Woche. Ja, Leute, wir haben 13.000 FIFA Points für dieses geile Team der Woche. Genau, und ich zeige euch hier meine Regen. Lewandowski, Record Breaker. Hier geil eingefertigt. Oh, geil eingefertigt in lila. Dann haben wir hier noch als LM Sanchez alle überragende Werte. Schaut ihr die an. Tempo, trippeligen Schuss. Weltklasse. Gutes Biest auf jeden Fall. Sturridge ist auch in Form. 84er, 90er Tempo, trippeligen Schuss. Ich denke, ein richtig geiler, gefährlicher, brandgefährlicher Stürmer. Haben wir hier noch der Raphael mit 82. Eigentlich auch gute Werte, ne? Assi, Alter. Definitiv. Lameller haben wir hier noch. Auch ein geiler Spieler, wie es gibt es denn, der mit seinem Rabona-Tor, ne? War er ja Weltklasse, kein 4, ne? Geile Stürmer, äh, gespielt. Mustafi hat er, den haben sie auch gut hochgezogen, ne? Und Mustafi hat richtig geiler Wert, ne? Weil der Tempo 20 ist, Defensive 85 und hat gute Füße. Was, Tempo 20 hat er? Tempo 70 hat er. Hab ich gesagt, was? Ja, so hat er bei der WM gespielt vielleicht. Äh, ja, gute Werte, 1,84, guter Koffer auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, äh, beginnen wir. Ja, wie viele Packs macht jeder? Ja, drei wieder. Drei Packs wieder jeder, ja. Und Leute, ihr wisst, ich hab einiges gut zu machen, ne? Wir haben vorhin, haben wir, äh, nur kurz Bilanz gezogen, ne? Ich hab bis jetzt zwei Spieler gezogen, die geglänzt haben. Und das war Trap. Und was haben wir gesagt? Äh, so ein, äh, JJ Okocha oder irgendwas altes. JJ Okocha. Nee, ich mein, nein, der, der komische Bruder, als da alles kommt, ne? Aber ich, das sind alte Lorbeeren, Leute. Ich hab ein Tore. Nee, und Leute, ganz ehrlich, ich hab ja gesagt, das liegt an dem Pulli. Weil immer wenn er den Pulli hat, hat er jetzt mal zwei Pack-Openings angehabt. Das sind Drecks-FCK-Pulli. Äh, da liegt gar nichts, ja? Aber okay. Hallo, Konstellation. Er hat gemeint, er hat gemeint, heute kommen bessere Sachen. Erstes Paket. Rad der Hölle ist aufgebaut, Leute. Shisha-Dampf. Alles traumhaft heute. R.M. R.M. Vigitarian. Was ist denn, ne? Und direkt noch ein Zerbatter und da ist schon alles aufgehoben von damals, Leute. Stark, Mann. Ja, weil er da eine beste bewährte Spiele hat. Aber es ruckelt ein bisschen. Was ist hier los schon wieder bei ihr, ey? Egal, aber ich freu mich über Mücke. Ja gut, Leute, man kann auch sagen, wir wollten vorhin FIFA-Points aufladen. Ging nicht, ne? Konnt man das machen, dann haben wir durch einen kleinen Trick, ja, im Playstation-Store. Playstation, ja? Ja, Playstation, im Xbox-Store. Das ruckelt echt so ein bisschen. Ähm, haben wir dann, äh, die Möglichkeit gefunden, doch Points aufzuladen, ne? Alles nur für euch, Leute. Zerbatter, eigentlich auch relativ gute Werte, der Kumpel. Der Anikon-Wähler. Hallo, was ist denn das? Was? Hängt ja alles, Alter, das ruckelt ja brutal, ne? Das ruckelt mega. Dann hab ich gleich mein erstes Paket mit Akku-Aero drauf. Komm, Akku-Aero drauf, was ist denn drin? Hopp. Wie das hängt, Alter. Go, go. Simon, dein zweites Paket? Ja, mein zweites Paket. Wir haben gerade mal FIFA neu gestaltet, Leute, weil das hat asozial gehangen. Aber jetzt geht's schon mal wieder ein bisschen besser, glaube ich, oder? Guck mal. Ja, der Mandi, Alter. Aber ich sag, wir waren mit dem Glitch drin, Leute. Ich sag, wir waren mit dem Glitch drin, dass gute Packs kommen, ne? Warst du noch damals, der das auf dem Scheißhaus gemerkt hat mit der Mütter? Alter, das war 2013 oder 2014. Ja, 2014, 2014 war es das jetzt. So, du hast doch krank. Ähm, war das, ne? Der hat damals, Leute, ich weiß noch, wie ihr es vielleicht wisst, der war im Ultimate eingeloggt, an der Konsule, ist dann aufs Klo, boah, Alter, ist dann aufs Klo. Schau mal, wie versucht das der war, Alter, ne? Ja, und ist dann in die Web-App rein und dachte sich so, hä? Und hat dort, stimmt, hat dort dann sein Ronaldo verkauft, geht zurück an den, äh... Da war er noch da, ne? Ja, geht zurück an die Konsule und denkt so, hä? Ronaldo noch da? Hat ihn da auch verkauft? Und so ist damals der Glitch von beim 14er. Und dann hat der Dummkopf das verraten, ne? Also, er hätte es nicht zum Publikum gemacht, aber er hätte es auch Geld schäffen können. Da hat es ja verkauft, dann, ne, den Trick. Und dann hat jeder, der die Spiele aufgekauft hat, unendlich Coins gemacht, ne? Ich sag, wir waren da gerade drin. Ich sag auch, wir waren da so im Stream, Leute. Komm, Paket Nummer 1 für mich mit La Cassette. Guter Franzose Mann. Benjetta. Wer ist Benjetta? Eieiei. Also, Leute, ganz ehrlich, bei den Fifa ist das so schwer. Ich weiß auch, gut, FGU hat ja Messi gezogen, ne? Aber die hatten die ganze Zeit auch nix im Pack. Die haben ja, die spielen wie als dieses, dieses Fifa-Bingo, ne? Wo man dann auch so Sachen abhaken muss. Zum Beispiel den 85er-Spieler, das haben die gar nicht hingekriegt, ne? Dieses Jahr ist echt schwer. Oh. Birkir... Erd? Oi. Benjadio, stark. Leute, Alter. Boah, Zahal auf dem Crystal Palace, Junge. Ich glaube, heute bin ich mal am Drücker für was ganz Großes zu angeln, Alter. Ich habe das Gefühl, heute angle ich was Großes, Leute. Aber bitte drückt mir alle die Daumen. Ich muss einfach nur nicht machen. Ihr könnt euch vorstellen, je wie zweite WhatsApp-Nachricht von Simon werde ich aufgezogen, ne? Es wird einfach Zeit, was zu ändern jetzt hier. Bis jetzt läuft es bei dir gerade mal besser, ne? Ich meine, so die letzten zwei Pack-Openings, also ich habe jetzt auch nicht gut aus der Theorie auch nicht das Überragende gezogen, aber es war immerhin, sage ich mal, so ein Verratti mit 84 dabei, ein Bangsali mit 84, also kommt man nicht so meckern für das, was wir draus hatten, also was ich rausgezogen habe. Da war ich eigentlich stolz drauf gewesen. Wann ist es jetzt, das war mein zweiges Paket, Leute, jetzt kommt, oder war das mein erstes? So, das war es, glaube ich, schon. Du hattest den ersten, hast du doch, ähm... Ja, dann wird dann, ja. Paket Nummer drei. Ah, Mann, 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 ist auch nichts drin. Ach, scheiße. Alle Shisha-Leute unter uns, wir haben drin von Fantasia Morito. In einem ganz speziellen Kopf. Ist noch geil, Leute. Zeit, gespannt. Oh, Mann. Auf die Spieler bin ich auch gespannt. Oh, so ein Douglas, oder? Könnt was bringen. So, ähm... Kann der Villa-Park was? Na, hat Schatte, hat Schatte. Du mit einem Schei Schatte immer, Alter. Ja, das ist aber auch kacke, wenn du im Stadion spielst mit Schatten, könnt ihr auch mal drunter schreiben, Leute, die finden hier das. Ein Stadion mit Schatten, das ist doch scheiße. Komm jetzt, Alter, hin. Oh, Mann, Alter. Ja, Leute, ich wollte auch noch, äh, zwei Personen aus meiner Schule grüßen. Einmal in Sebastian Smites, der dümmste Mensch der Welt, ja. Und einmal in Daniel Vogelsanger, aka Daniel Hulk. Unmenschliches Tier. Mehr möchte ich dazu sagen, ja. Maxwell. Schmeckt echt brutal intensiv, ne? Neues Rauchverhältnis bei TC Schubisch, Leute. Wir müssen doch mal ein paar geile Packs, Leute. Ja, holt, gell. Da steckt wieder... Da steckt wieder... Von FIFA Points, Svet, steckt da 110 Euro drin. 110 Euro heute. Nur heute, ja. Ja, nur heute. Was ist denn der Bringer eigentlich denn, Loha? Man kann EA, kann nicht meinen, Alter, dass sie uns da nichts rausgeben, oder? Das könnt ihr einfach nicht meinen. Sollte ich mich sagen, in Köln ist auch so ein Stützpunkt, ne? Ja. Eins hab ich noch, Leute. Bis jetzt sind wir wirklich... Wir hatten jedes Jahr eigentlich extremes Müllklack am Anfang. Und dieses Jahr überhaupt nichts, Leute. Überhaupt nichts! An Brian Ruiz, Alter. War aber bei der WM stark. War der richtig geil. Der ist auch eigentlich so stark. Sind immer ein guter Spieler, ne? Der hat... So, komm, Kien, du hast mir letztes Mal ein Touré gebracht. Dann bring mir doch jetzt... Du kannst es, du hast das Potenzial, Junge. Dann bring doch was raus, aber... Es glitzert nicht mal. Doch, Fitness. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber selbst wenn du ein Schweini dieses Jahr ziehst, der bringt... Schweini bringt ja gar nichts, ne? Boah. Alle gehen... Den haben wir... Den haben wir vorhin gesehen beim Einkaufen. Den haben wir vorhin beim Einkaufen gesehen. Nur, dass der beim Einkaufen der Typ hinten noch eine graue Stelle hatte. Wecklasse. Guter Mann. Keine Mexiko-Trainer, oder? Mit dem Münzel. Ne, mit dem Münzel hat es ja nie. So, noch ein Paket. Hab ich. So, komm schon, Junge. Also ganz ehrlich, wenn da heute nichts drin ist, dann nie wieder ein Peck-Opening, oder? Also... Erstmal. Dann stecken in dem Spiel, Leute, 500 Euro. Und wir haben schon alles, wirklich, Leute. Wir haben... Komm, was wir immer alles aufbauen für EA. Wie wir zelebrieren, EA. Aber, du. Ich weiß, wir hatten letztes Jahr am Anfang, hat man mehr rausgeholt. Der Rotorhead. Ich hatte das Ibra-T-Shirt an. Die Eckfahner hat im Hintergrund geweht, ne? Von EA. Das war die EA-Push-Match. Komm, Messi, komm. Oder... Jetzt zocken wir schon auf der Xbox und ich würde jetzt einfach mal so... Boah, die aktivieren wir aber jetzt. Geile Station. Geile Station. Geile Station aktivieren. Ja, wir werden definitiv aktiviert. Hintergrund wird sich nicht ändern, Leute. Hey, hey, hey. Oh, geil. Das ist ja gerade an Lax. Das ist ja gerade an Lax, Alter. Stark. Stark, ein Stadion. Stark, Team, Alter. Stark. Für das war ich jetzt immer gut. So, komm. La Kassette, Mann. In neue Stadion, Junge. Vielleicht fühlt sie dich hier wohl, der Kumpel. Super fühlt sie dich hier wohl. Alter, der ist doch schon 60, oder? Viel Haar hat er nicht mehr. Und das ist der Alki von EA, sag ich. Leute, und wenn ihr auch mal irgendwie von uns so unser Team sehen wollt, oder wie wir ein Squad bauen, oder so, schreibt's mal rein, Alter. Wir können auch wieder mal eine Serie schaffen, wo wir zu zweit zocken, Tracht oder so. Weil eigentlich, äh, nach dem Ding müssten wir schon unser Team umbauen. Komm. Nein. Nein, das könnte ein Poppa oder sowas sein können. Ja, Mann, nein, nein. Und dann habe ich einen Imbula, Alter. Guck mal, ich glaube, was er kostet. Nein. Die Feverpoint schwindet schon wieder, die schwindet, ne? Jetzt haben wir alles so schön vorbereitet. Mann, wieder den. Wieder den. Aber was war das Zeichen früher, wann zweimal der jetzt drin war? Mitnehmen. Mitnehmen, Alter. Mitnehmen. Mitnehmen. Aber das war auch eigentlich das Zeichen, dass uns EA in den Topf reingesteckt hat, ne? In der Abfalltopf. In der Abfalltopf. Die haben da so ein paar Töpfe. Sieger und Verlierer. Wir sind bei den Verlierern drin. Wir sind ganz unten. Come on. Komm, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Könnt ihr auch mal reinschreiben, Leute. Fandet ihr, dass bei den alten FIFA-Spielen bessere, also, Spieler zumindest immer bessere Spieler im Pack waren? Müller. Oh, Hermann. Oh, Mann, das ist immer Hermann. Ja. Der ist gerade so verkehrt. War das Wasserverkehr, war das? War mein erstes? Ja, ist das, ja. So kann man sich das eigentlich nie merken. Ich weiß es nicht, wenn wir so fixiert sind und wir so hoffen, dass was kommt. Komm, Akku, eher wohl. Vielleicht mal ein Skidpack auch. LF. Stove. Oh, vielleicht. Peife, Mann. Brauch ich nicht gucken. Der hätte jetzt RF kommen müssen. So, komm, komm schon, komm schon. ZDM. Manchester United. Schneiderlin, Alter. Fuck, aber starke Spieler. Gibt einen Klatscher. Aber Mann, Alter. Ja, gut, Manchester United, das hätte es sein sollen. Ja, du denk mal, ich hätte gleich wieder an Manchester, an ein Ding gedacht, ZDM, aber konnte ja niemals, oh, aber der geht bis 24, starke Spieler. Schneiderlin, das kann ich jetzt zu spieler. Ja. Stark. Das Eintraft, Eintraft, Jun. Ja, ich meine, ganz ehrlich, über so spieler bin ich auch, ist auch okay, dann sagt mal okay, das Pack. Schneiderlin, Alter, ist okay. Gut. Sehr schön. Nosepack, war das ein Nosepack oder ein Kratzpack? Popelpack. Popelpack. Nee, was soll das sein? Ja, aber ich bin nur glücklich, wenn du die Kado abgängst. Ich habe jetzt irgendwie so IV, Brasilien, sowas habe ich jetzt, glaube ich, drauf. Ich glaube, so ist die Weißy-Cut. Mann, Alter. Das sind die richtigen Breakpacks, Alter. Da denkt man irgendwie so, Karten, Bensema oder so. Das ist eine Weißy-Cut, Alter. Oh, Alter, fuck. Alter. Alter. Alter, scheiße. Wow, Alter, fuck. Das ist geil. Alter. Alter. Alter, scheiße. Fuck. Alter, das sind die bei mir eingeschlagen, Alter. Der Dead Countdown hat uns... Alter, sind die eingebrutzelt. Oh, hast du über das Klatschen gehört, Alter? Alter, sind die eingebrutzelt. Alter, wie warst du denn die geflogen, ne? Alter, das eine Ding hat am Bein geklatscht. Ich habe gedacht, dein Bein ist durch, ne? Ach, du Scheiße. Alter, Leute, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass du das jetzt rauskoschießt, ey. Alter, das war ziemlich geprägt. Ich habe gedacht, Alter, hör, was ist denn jetzt los? Starke Dead Countdown. Vielleicht hat er uns auch mal. Hatten sie auch kein Glück gebracht. Komm, mein letztes Paketchen wieder, ne? Oh, Mann, Leute, komm, da... Da muss ein gescheite Spieler, muss da drin sein. Hopp, einer der... Einer über 100.000. Ich wäre mir schon so glücklich, ne? Komm, Messi, drauf auf ein Paket. Touré! Ja, Mann, Alter, Touré! Da ist er wieder! Ja, ja, Touré! Da kann doch ein Spieler von der Tausend. Ich darfst mir noch mal abdrehen, Alter. Ja! Was kostet er mittlerweile? Ja, ne? Oh, der ist gestiegen, Alter, ne? Alter, stark, Leute, stark, Mann! Stark! Geil, Mann! Ich sag noch, wenn die Spieler über 100.000 wäre schon glücklich und dann kommt ein Touré. Alter, immer im ersten Paket, Leute, und jetzt bin ich mit Simon gleich, Leute. Er kann nichts mehr sagen. Er kann nichts mehr sagen. Er lasst ihn so. Oh, Mann, jetzt darfst du doch gleich am Rad drehen. Scheiße! Da freue ich mich auf meinst, weil, Leute, wir haben schön eingekauft, Leute. Und ich bewege mich nach vorne und werde kurz einen Spin ansetzen, meine Freunde. Oh, Leute, Mann, oh, 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 Mann. Der kommt gleich in Ja, ja, Touré, Alter. Und das Rad drehen und drehen und drehen. Ich will gar nicht gucken, was es ist. Und was ist es? Telefon! Oh, no, Alter, muss ich ihn anrufen? Bei Anruf Tisi. Es ist Zeit für einen Anruf Tisi, Alter, ne? Anruf bei Tisi. Äh, schön, ich gucke mal meine Kontakte. Guck mal durch. Ja, ich würde sagen, du rufst einfach mal unseren Trainer an. Ja. Und sagst ihm, ich kann am Dienstag nicht spielen. Du willst, dass es unter uns bleibt. Ich habe mir den Hoden gebräht. Ey, das ist doch alles. Er muss bei uns am Trainer anrufen und muss sagen, ich muss mich für den Dienstag abnehmen. Und muss ernst bleiben. Ja. Du musst komplett ernst bleiben. Du musst auch im Ernst auflegen. Ja. Und muss sagen, sorry, Alter, beim Geschlechtsverkehr, du willst, du willst, dass es unter uns bleibt. Ja, wie darf ich es dann auflösen? Ja, nach dem Pack-Opening kannst du dann ja nochmal anrufen. Nee, das ist zu lang, Alter. Doch. Junge, ich kann ja den Alter noch mal sagen. Ich habe eh. Doch. Junge, hallo, anruft Tisi, Leute. Er muss. Du rufst an und hast dir den Hoden geprellt. Du warst gerade im Krankenhaus. Du kannst am Dienstag nicht spielen. Ich mache kurz den Ton leise. Lautsprecher. Du musst erst sein. Simon, bist du tot? Jo, hallo, wohnen, was geht? Kurz die Frage, haben wir am Wochenende das Spiel? Wir haben am Wochenende das Spiel, ja. Ich spiele daheim. Ich spiele daheim, gehe Obersilver. Weil es gibt nämlich ein kleines Problem. Warum? Ich habe mir beim Geschlechtsverkehr meinen Hode geprellt. Ich war gerade im Krankenhaus. Ja, und? Und ich muss leider pausieren. Das möchte ich jetzt so nicht sagen. Jetzt wirklich. Das muss ich auch weitergeben, unser Ex-Spielführer. Wer ist denn der Ex-Spielführer? Simon, wie kann ich denn hier weitergeben? Conor, das ist ein kleines Problem. Wo seid ihr gerade? Wir sind in Karlsberg. Ja, ich habe mir... Also, ich war im Geschlechtsverkehr, der Hode gerissen. Ich war gerade im Krankenhaus. Das ist jetzt kein Spaß, Alter. Warum muss ich dir das eigentlich erzählen? Ich muss sagen, mal aus. Wo ist denn Timo? Hä? Scheiße. Ich... 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 Alles... Alles klar. Dankeschön. So, Leute, ich musste ja meinen Trainer anrufen, gerade. Sowas von peinlich, Alter. Die ganze Mannschaft hat zugehört. Die ganze Mannschaft hat zugehört. Die zweite spielt heute. Hat aber 3-2-2 geführt, ja. Und... Manche peinlich, ne? Ach, sie peinlich. Ich meine, okay, die werden sich vielleicht denken können, dass es nicht stimmt, aber das trotzdem von der ganzen Mannschaft zu sagen, Leute, ja. Oh mein Gott. So, dann würde ich sagen, das war mein erstes Paket mit Touré. Ich hab einen guten Lauf jetzt und ich denke, ich schau jetzt direkt einer hinterher. Dass heute Anruf hieß, yeah. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Aber der Alse ist ein Weltklasse-Trainer, oder? Sag ich viel ab. Ja. Paket Nummer 2. Und jetzt mein drittes kommt. Hoffentlich schau ich noch was raus. Alle Leute, die Shisha, Dampfmann, überragend, alles läuft. Touré ist schon mal eingebüxt. Boah, das hätte auch mal so ein Kredierer sein können, ne? Aber das hat ihn eigentlich für ein Vogelnest auf dem Kopf, oder? Ach, sieh, ey. Der kann mit meinem Schild hier hinten mithalten. So, ich bin raus, Leute. So, Leute, jetzt muss ich was machen. Komm, Alter, ich kann mir die Schmach, kann ich das auf mir sitzen lassen. Muss ich dem Timo jetzt meine Wette rausboilern, Alter. Aber nicht mit sowas. Andy Carroll, Alter. Kopfballungeheuer. Pumppacket, Alter, Pumppacket. Und Frank Lampard, da hätte ich... Ich hab schon mal kurz gezuckt, Alter. Aber früher wäre man dafür ausgerastet, Alter. Eigentlich Frank Lampard könnte auch ein Weiß-E-Kart als Legende sein. Das ist eine Legende, hallo. Der wird so eine Legende, aber der ist ja noch aktiv unterwegs, der Kumpel. Ich weiß noch, Alter, 2013, was es war. Sind wir ausgerastet für einen Frankie Boy, Alter. Frankie Boy 69 im Paket. Komm, ich will jetzt auch was Gescheites, Leute. Hopp, das ist doch scheiße. Denkst du, ihr könnt jetzt ein Donovan sein, Alter? Donovan-Legende? Ich will auch mal eine Legende, Mann. Das ist bestimmt abgefallen, Alter. Komm, Alter, Hopp, bitte. Ich will doch das Backupen nicht beenden mit gar nichts. Hopp. Was soll das sein? Ach, du Scheiße. Was soll das sein? Junge, das kann so nicht weitergehen, ehrlich. So, Leute. Letztes Paket, Leute. Letztes Paket. Einzeln 110 Euro. Ja, toll. Und die sind so. Der Alessandro, Alter. Geiler Spieler. Bringt aber nichts. Aber da hattet ihr nicht Ding. Five-Star-Skills, Alter, ne? Oh, hey, nimm mal mit. Okay, Leute. Das Pack-Opening ist beendet. Nur leider hat mich die Wette getroffen. Ich würde sagen, wir sind draußen. Ja, war erfolgreich. Naja, Tore war geil. Aber der Rest war nichts, Leute. Ich würde sagen, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Ciao. 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 Ciao.